Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu LUMO. Wir haben nur noch einen Gang und ich hoffe, ich stelle mich heute nicht ganz so blöd an wie im letzten Part, weil im letzten Part war ich ja vollkommen behindert. Ich weiß nicht, was ich mir beim letzten Part gedacht habe, aber Gott, ist halt so. So, an den hier kann ich mich glaube ich gar nicht mehr erinnern, oder? Folger ist ja nicht ganz so schlimm. So, ich glaube ich muss jetzt aber... Ah nein, da hätte ich schon rüber gehen müssen. Ah, jetzt habe ich es mir verbaut. Jetzt habe ich es mir verbaut. Okay, ich dachte, das Feuer würde nochmal komplett weggehen und dann würde das erst starten. Okay, wusste ich nicht mehr. Mach mal jetzt besser. Halt jetzt. Was? Noch näher hätte ich da ja gar nicht dran gekonnt. Oh, wow. Ich habe gesagt, ich will mich nicht so blöd anstellen wie im letzten Part. Weil ich habe eigentlich sogar schon fast gehofft, dass heute der letzte Part kommt. Ich meine nicht, dass ich das will, aber... Ich bin einfach... Nein! Oh, das kann nicht wahr sein. Ich bin halt einfach ausgegangen. Aber wenn ich natürlich jetzt die ganze Part hier festhänge... Boah, ist das scheiße. Oh, danke schön. Oh Gott, das gab es ja auch noch. Nein, ach du dumme... Okay. Okay, das war easy. Nein! Oh Gott, das ist definitiv noch nicht der letzte Part. Definitiv noch nicht. Oh, jetzt kommen mir wieder Räume in den Kopf. Die waren unschön. Die waren unschön. Oh nein! Nein! Wisst ihr, ich denke vor jedem Part immer so... Oh, das könnte der letzte sein. Oh, bin mal gespannt. Und dann fange ich das Spiel an, sehe den ersten Raum... Und dann habe ich wieder sofort zehn Räume im Kopf, die noch nicht gekommen sind. Wo ich mir einfach nur dachte... Oh nein! Das Schlimme ist, dass hier ist die letzte Map. Das Blöde ist, dass wir eine Map verpasst haben. Boah, okay, da ist der Schlüssel. Boah, das ist nochmal richtig groß. Okay, ich habe es geschafft, alles gut. Wow, jetzt bin ich hier nur für eine Münze hingegangen, oder was? Wow, danke Spiel, danke für nichts. Und ich kann den ganzen Weg wieder zurück. Muss mal kurz auf die Map gucken. Ich bin jetzt da. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehen soll. Boah, das tut mir jetzt gerade wieder im Herzen weh. Das ist jetzt schon wieder... Räume im Kopf habe, wo ich weinen werde. Das war einer der letzten Räume, ich erinnere mich. Ist es sinnvoll, hier lang zu gehen, weil... Na ja, ich weiß nicht. Da komme ich auch gar nicht lang. Da komme ich nicht lang. Ich muss hier lang gehen. Okay. Ah, ja, hier komme ich auch nicht lang. Ja, macht von mir aus Feuer, ist mir egal. Da muss ich sofort abspringen. Ich habe mich... Genau. Dankeschön. Was? Oh, wie schnell muss denn da sein, ey? Huh? Hä? Langsam verstehe ich hier gar nichts mehr. So, ich warte jetzt noch eine Runde ab. Gut. Du bist nicht wirklich ein Problem. Das ist eigentlich auch kein Problem. Man muss halt nur immer sofort abspringen. Leichter gesagt als getan, aber okay. Oh, wow. Wo bin ich hier? Hä? Was habe ich hier? Was habe ich getan? Wo bin ich? Wo bin ich? Was für ein Fehler habe ich begonnen? Oder war das ein Secret? Ich bin hier oben. Oh, ich bin jetzt hier oben. Oh nein, nein. Ich will wieder zurück. Ich will wieder zurück. Ich will wieder zurück. Ich will wieder zurück. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, das ist aber vollkommen egal. Oh nein, das ist nicht egal. Oh, ich hätte da nicht lang gehen sollen. Weil ich war nämlich schon gefühlt am Ende. Das war natürlich jetzt super dumm, dass ich da jetzt langgegangen bin. Ich habe einen mega großen Teil übersprungen. Ich hoffe, ich schaffe das nochmal. So. Wie gesagt, du warst überhaupt kein Problem. Hier warst auch absolut kein Problem. So, und jetzt hier runterfallen. Wo komme ich denn da raus? Ich frage lieber überhaupt nicht. Ich gehe jetzt einfach da hin, wo ich hin muss. Okay. Weil hier bin ich nämlich schon mega weit am Ende. Ihr seht da die drei, ne? Ups. Und die drei ist ein sehr gutes Zeichen. Hoch. Oh, bin ich blöd. Ich muss da drüber, äh, da drüben zum Schalter. Alright. Das Blöde ist halt nur, dass ich erst Schalter 1 und 2 finden muss. Also war das eigentlich gerade völlig umsonst. Aber egal. Die Frage ist jetzt nur, wo war Schalter 1, wo war Schalter 2? Weil das war nämlich eine richtig schwere Stelle, die ich damals nicht verstanden habe. Oh, hier ist Schalter 1. Das ist gut. Komm mit. Ah. Fuck. Okay. 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 Ja, 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 ja. Okay, Schalter 1 ist gedrückt. Boah, die Stelle war so super schwer. Das weiß ich noch. Da bin ich, damals bin ich da geraged, quittet gefühlt. So, da müsste... Oh, die Stelle war so scheiße. Da müsste hier eigentlich 2 sein. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, hier ist 2. Easy. So, und jetzt müssen wir nochmal zu Schalter 3. Das ist auch nicht schwer. Schade, hätte ja funktionieren können. Okay, es funktioniert nicht. Ich gebe es ja zu. Es funktioniert nicht. So, dann nochmal auf zu Schalter 3. Boah, und dieser Raum, ne? Hier der längliche. Der... Der hat mich damals... So zum Ragen gebracht. Okay. Okay, alles gut. Easy. Alle 3 aktiviert. Und jetzt müssen wir mit der Blase fahren. Und das war scheiße. Warum war das scheiße? Weil du nicht, aber auch wirklich nicht, erkennen kannst, wo du dich gerade mit der Blase befindest. Das Problem ist einfach, du weißt es nicht. Du siehst es nicht. Hier, das hier war noch vollkommen okay. Da muss ich sagen, das war chillig. Wenn das Feuer mal ausgehen würde. Okay, das Feuer geht nicht aus. Ja, genau deswegen. Du siehst es halt nicht. Du siehst nicht, auf welcher Höhe du bist. Du siehst es halt wirklich nicht. Hier kann man ja noch easy drüber fliegen. Das ist kein Problem. Da habe ich noch nichts berührt. Boah, das war so ein Bullshit-Raum. Den will ich in diesem Part auf jeden Fall noch schaffen. Wenn ich den in diesem Part schaffe, dann bin ich ein Gott. Der ist einfach nicht mehr losgegangen, okay? Ja, von mir aus. Mach nochmal halt so. Wo habe ich da was berührt? Ich hasse diesen Raum. Du erkennst es nicht. Das ist einfach nur ein Glücksspiel. Geh an. Geh an. Ey, das ist purer Bullshit ist das. Wie willst du das denn erkennen? Selbst, selbst, ich achte sogar auf den Schatten, der unter mir ist. Nein, ich hätte nicht zurückgehen sollen. Ich hätte nicht zurückgehen sollen. Oh, damn it. Das war meine Schuld. Oh, es sieht sehr gut aus. Achtung vor dem Feuer. Jetzt rüber. Ich habe es geschafft. Ich habe den Raum hinter mir. Ich habe den Raum hinter mir. Oh. Mein. Gott. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wieso. Aber der ist hinter mir. So, ich würde jetzt echt gerne wissen, wo ich bin. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Oh, oh, oh. Das habe ich zu spät gesehen. So, das heißt, wir warten hier nochmal kurz ab. Gehen jetzt rüber. Warten hier nochmal kurz ab. Gehen rüber. Warten hier nochmal kurz ab. Gehen rüber. Gehen hier auch direkt rüber. Dann springe ich mich mal kurz. Mich wieder in die richtige Position. So, dann kam jetzt hier auch irgendwo Feuer, ne? Ja, genau da. Warten mal. Gehen rüber. Und haben es dann. Gut. Hier müsste jetzt der Schlüssel sein gleich. Schade. Hätte ja glauben können. Ja, wow. Sobald ich den Schlüssel habe, denke ich, werde ich den Part beenden. Dann gibt es halt noch einen elften Part. Dann ist es heute so. Oh. Okay. Okay, okay, okay. Ja, da ist der Schlüssel. Und ich habe ihn. Ich habe ihn. Super. Dann würde ich sagen, ich spende den Part hier, Leute. Wir haben den Schlüssel. Das heißt, wir müssen nur noch mit dem Schlüssel dahin. Dahinten könnte auch schon das Ende sein. Ich weiß es nicht. Das sehen wir im nächsten Part. Wenigstens habe ich jetzt einen richtig assi Raum hinter mir, ey. Boah. Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.